was haben wir hier so alles kuscheliges etwas wir haben einfach win bin profi spiele um packeis bitte was erster streit dann bff story wo hatten wir schon ein mädchen bei youtube zuschauer eigentlich aus dem prinzip kommen wir machen sie mal ich würde mich würde mich mal gerne so eine story interessieren ich glaube wir hatten erst einmal ein mädchen oder sowas bei youtube zuschauer wir müssen ja auch die quote einhalten heute hallo alles fit ja auch hast du bock auf youtube zu schauen ja natürlich okay und du hast heute eine story für uns bin ich mal gespannt okay hast du lust um irgendwas zu spielen oder einfach nur so die story erzählen oder sonst was also willst du quasi irgendwas gewinnen also es gibt bei mir standardmäßig kannst du hunderttausend coins auf paria einfach gewinnen wir können aber auch irgendwie um den einsatz spielen und sowas und dann kannst du auch ein rang gewinnen oder sowas tatsächlich am liebsten über ein match spielen über was spielen ein merch okay gut du bekommst ein merch wenn du gewinnst das ist ja auch ungefähr hunderttausend coins oder sowas wert bzw weniger von daher kriegst du dann einfach 50.000 coins und ein merch ja wenn du gewinnst dann irgendwelche map wünsche oder so sonst nehme ich heute einfach mal was hatten wir den lang ich mal eile island nee das hatten wir glaube ich hatten wir das eben beach tower ja egal dann nehmen wir jetzt island island ich kann es nicht aussprechen dann bin ich ja mal gespannt dann fang mal die story an ich bin mal gespannt was du uns erzählt wenn die person schon dran war heute die erste er ist halt mein bester freund so das ist zwar noch nicht lang wirklich so aber zuerst hat man halt komplett kriegt sag ich mal aber du bist ein bisschen abgehakt kannst du die sprachen also die manchmal hört man ein wort nicht oder so einfach vielleicht ins mikrofon oder so dass man es richtig hört fang einfach nochmal an okay also zuerst haben ich mein bester freund er halt komplett krieg gehabt und das meint war keine ahnung dass wir halt komplett nicht miteinander klar kam ich bin ich auch teilweise beleidigt haben sind euch kein beispiel dran und dann war halt ein auslöser dass ich halt plötzlich doch mit ihnen befreundet war dadurch dass halt ich mit einer besten freundin halt immer gelabert habe und so und sie halt mit ihnen befreundet war bis wir da habe ich zwischendurch einfach weil wir auch komplett diskussionen hatten und so habe ich halt teilweise so kam auch zeit dazwischen leider und dann war halt zwischendurch kam halt irgendwann der habe ich den tipp an auf mv also habe ich dann hat man hatte ich hat dafür eine woche lang ach so weil er hat in game quasi genau ist alles in game ist quasi auch nicht so kennt sie nicht persönlich persönlich ist es richtig ja okay gut ich dachte schon dass ihr euch so im real life beleidigt oder so dass wir ja dann ist dann ist noch okay dann ist noch okay ja da habe ich halt tappern auf dem server bekommt so habt den auch ganz lieb abgesessen weil ich es eingesehen habe das ist nicht und zwar dann haben wir halt habe ich mit meiner besten freund drüber geredet hat er mir halt leid getan sag ich mal und da habe ich halt dann ich auch entschuldigt gehabt und ja seitdem sind wir irgendwie beste freunde okay also ich versuche gerade so ein bisschen das zu verstehen und also ihr habt euch beleidigt und dann sind diese dieses von beleidigung auf plötzlich beste freunde das musst du noch mal genau erklären okay und zwar was gibst du für hit ist gut ist einfach gut hätte ich nicht erwartet also so jetzt nicht weil du ein mädchen bist sondern einfach sind halt meistens also so hits geben eigentlich nur gute spieler deswegen ja ich bin jetzt auch schon ein bisschen warm gespielt ja ich kann ja jetzt nicht hier verlieren okay gut passt schon dieser dieser übergang quasi war habt ihr dann irgendwie wasser du hast dich quasi entschuldigt und daraufhin habt ihr dann irgendwie euch besser verstanden oder wie ja okay du musst jetzt auch nicht direkt hier wieder ankommen doch doch sonst langweilig du bist ja schneller als keine ahnung ich muss ja hier richtig hetzen mich okay passt so jetzt aber das machen wir hier mal jetzt bauen wir mal dein bett ab oder nein das mal im bett brauche ich noch sehr gut okay das hat schon mal gut geklappt das war peinlich so du hast auch noch dein bett eingebaut was ist denn das hier ich bin nicht so wie mein bester freund er hat es vergessen ach so der ist so jemand der baut sein wird einfach nicht ein na du also muss man sagen spielt sich schlecht also ja was mit meinen haaren los um meine haare ja kann sein die sind heute ein bisschen durcheinander corona halt leute man kennt jetzt doch so jetzt mal runter hier damit ich ein bisschen mehr zeit habe muss allein und maus tut mir langsam leid so jetzt ich muss leider spielen wegen dem blog sonst ist das nicht ganz klar hier entspannt nein 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 und nur wegen deinem kackeisenblock alter und verdammt o gott Guck her. Ein Monster. Aua. Ja, danke, dass du die auf jeden Fall da oben hin platziert hast. Es war nicht schlau. Ach, wunderschlau, oder? Nein. Gott, hab ich mich erschreckt. Oh mein Gott, ich hab mich auch erschocken. Nein, 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 chill mal, chill mal. Nein. Ich muss dafür mich mit meinem besten Freund gewinnen. Nein, oh mein Gott. Entspann mal. Chill mal, ich hab nur ganz wenig Herzen. Das ist gut so. Das ist nicht gut so. Okay, ganz kurz, einfach, äh, kurz entspannen, regenerieren. Passt schon. Meine Mom ruft mich. Es gibt Essen. Nein. Ja, ich bau gleich dein Bett ab, kein Problem. Dauert nicht mehr lange. Sag, Floix, Floix ist gleich, killt gleich. Dann baut gleich dein Bett ab. Oh Gott, oh Gott. Wieso hast du keinen Stuhl mehr? Ich hab noch einen Stuhl, Leute. Ich stehe nur manchmal in meinen Livestreams. Ey, ich find das so witzig, dass den Leuten das immer so krass auffällt. Ihr müsst doch mal, andere YouTuber stehen auch in ihren Videos. Okay, du hast jetzt ein Equipment und ich hab ein Equipment und du wirst sterben. Nein. Sagst du dazu? Finde ich nicht gut, die Idee. Ich finde die super. Ich ne. Ich will es andersrum bessern. Hatschi. Nee. Okay, ich überlege gerade, was ich mache. Vielleicht runter springen. Vielleicht einfach ein bisschen hier anspannen. Oder das hier. Nein. Ey, das kann doch nicht sein. Wie oft muss ich denn jetzt noch angreifen? Da glaube ich noch nicht dran. Oh Gott, da ist ja Copwrap, Alter. Sehr gut. Och, komm hier, dein nerviger Copwrap da oben, Alter. Also, ich mag meinen Copwrap. Aber deine Copwraps mag ich nicht so. Weißt, dass du da oben bist. Ich bin aber gar nicht hier oben. Nein. Das ist jemand anderes. Nein. Ja, immer rum ist ja auch nur an. Und sonst, ich muss. Okay, mal. Nein. Nein. Nein, jetzt, jetzt. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich habe so wenig Herzen. Kommt man ja gar nicht mehr raus. Ja, richtig. So soll das auch. Oh mein Gott. Okay, endlich. Oh mein Gott. Du hast wirklich gut gespielt. Es war echt anstrengend. Also, im Sinne von anstrengend, dich zu besiegen. Aber ich habe es geschafft. Ey, ich kann dich nicht mehr schlagen. Was ist das hier? So, jetzt komm her. Ey, ich kann nicht. Ja, okay. Sehr gut. GG. Es war echt eine coole Runde, ja? Ja. Okay. Dann wünsche ich dir jetzt einen guten Hunger. Ja? Jo, dankeschön. Und noch einen schönen Tag. Ich pay dir auch mal, weil du, weil ich das eben bei dem anderen auch gemacht habe, weil du so gut gespielt hast, beziehungsweise echt nett war's, pay ich dir auch einfach 10k. Und wie gesagt, auch das andere, was ich bei ihm gesagt habe, wenn du Bock hast, also wenn du ein Merch haben willst oder sowas, dann schau einfach mal im nächsten Live-Stream, wo wir wieder City-Bild machen vorbei, ja? Okay, habe ich jetzt irgendwie hier, warte, 10.000, so. Okay, jetzt hast du es bekommen. Okay, auch rein, ja? Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. Ciao, ciao.